Ja, was ist das? Und damit herzlich willkommen. Wir haben hier so eine Thermalstation aufgestellt, eben gerade. Und dann, ich will nicht sagen, aber mit der Explosion ist hier... Ich weiß selbst noch nicht, was das ist. Auf jeden Fall war es freigelegt worden. Ist das hier ein Raumschiff oder... Ja, Funkstation. Quatsch, Funkstation, sag ich schon. Funkbetrieb ist hier wohl auch nicht, weil er wollte ja informieren, was hier los ist. Und wir betreten jetzt mal die unbekannte Anlage. Ah, er konnte über Funk keiner reichen. Und unsere nächste Aufgabe ist es hier halt, zu untersuchen, womit wir es hier zu tun haben. Ich bin ja echt mal gespannt. Wer hat das hier gebaut? Und wo sind die jetzt wohl? Oh Gott, wir sind hier nicht allein. Findeinformationen, jawohl. Hm. Okay, wir gehen hier mal lang. Da geht's nicht lang, hier geht's lang. Da liegt was, das nehmen wir natürlich mit. Wenn wir hier schon sind, um was zu untersuchen. Und hier ist... Keiner... Ist das... Das sind Tote. Warum sind da Tote? Was geht hier ab? Forschungsstation Charlie. Roter Alarm. Erbitte sofortige Evakuierung. Angriff der Klasse 5. Magnetschlösser sind an allen Sicherheitstüren aktiviert, damit Überlebende zur Unterstation... Da ist nichts mehr zu machen. Die Akkreden zapfen uns die Energie ab. Solange der Hauptgenerator läuft, sind die hier mit mir eingesperrt. Wiederhole. Roter Alarm. Erbitte Unterstützung. Wir warten seit drei Wochen auf ein Signal von eurer Seite. Hört mich da draußen jemand? Oh, 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 oh. Also die Akkreden. Na, super. Was kommt da denn? Alter. Stech ihn ab. Stech ihn ab. Stech ihn ab. Die Akkreden zapfen uns die Energie ab. Solange der Hauptgenerator läuft, sind die hier mit mir eingesperrt. Wiederhole. Roter Alarm. Erbitte Unterstützung. Wir warten seit drei Wochen auf ein Signal von eurer Seite. Hört mich da draußen jemand? Ich hör dich, aber ich glaube, das ist zu spät. Fahre den Generator herunter. Oh, Leute, was ist das hier für eine Anlage? Wie sind wir hier... Naja, wie, das kann man sicher beantworten, aber... Womit haben wir es hier zu tun? Oh, 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 oh. So, das nehmen wir, wie gesagt, mit. So, und jetzt? Ich sehe hier noch nichts. Ach doch, hier, oh. Was Kleines. Kommen wir da nicht so einfach hoch? Ich glaube mal, wir müssen hier rum. Obwohl ich glaube, dass hier die Schrotflinte besser geeignet ist. Schrotflinte hat keine Munition mehr. Ah, das ist ja toll. Hier lang oder wo lang? Äh. Wie gut, dass wir unendlich Munition haben. Wie gut, dass hier eine Kiste ist. Wo wir uns endlich wieder ausstatten können. Und wir fahren den Generator mal runter. Oder hoch. Initiiere Protokoll zur Zurücksetzung. Generator temporär außer Betrieb. Neustartsequenz läuft. Ha. Geh durch den Ausgang hinaus. Generator jetzt in Betrieb. Ja, geh durch den Ausgang hinaus. Na, Besuch. Besuch. Oh ja, Besuch. Ich glaube, dass die einfach besser ist für Nahkampf. Kann mich bis jetzt nicht beklagen. Äh, durch den Ausgang hier. Okay. So, ich bin draußen. Oh no. Gibt's ja gar nicht, was hier abgeht. Und es ist wieder schön dunkel. Erinnert mich schon wieder gleich an Dead Space. Weiß nicht, warum ich ständig darauf komme. So, bin ich hier noch richtig? Ja, ich bin auch richtig. Nachladen, komm. So. Äh. Äh. Okay. Ich dachte schon gerade, es ist so ein Lüfter, wo man nicht durch kann. Hui. So. Information, bitte. Okay, jetzt bin ich draußen. Analyse der Lebenserhaltungssysteme wird durchgeführt. Wir wissen, Ihre Kooperation zu schätzen. Bitte denken Sie daran, alle einheimischen Lebensformen innerhalb der Station den zuständigen Zonenmanager zu melden. Einen schönen Tag noch. So, da müssen wir hin. Und dann? Koronisch Mitte, hier Peyton. Hören Sie mich? Einer von diesen Tagen. Bediene die Konsole. Das machen wir. Sieht rot aus. Werkstatt gesperrt. Abgeschlossen. Es muss eine Entriegelung geben. Alles nah beisammen, so wie es aussieht. Okay. Und jetzt? Wieder rüber da, oder? Gehe durch die neue Tür. Und was ist da? Ich sollte doch hier was entriegeln, oder sowas. Okay. Geht nicht. Wir folgen lieber den Anweisungen. Gehe durch die neue Tür. Jo. 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 So, wir nutzen die Möglichkeit hier auch gleich, um uns wieder einzudecken. Kraftwerk betreten. Oh, oh, oh. Viele Rätsel mit dieser neuen Anlage. Wer war das? Warum liegen da Leichen? Gehören die zur Koronis? Du brauchst Beweise, Jim. Sonst wird dir niemand glauben. Das glaube ich nämlich auch. Erkunde die zweite Anlage. Oh man, wir sind nicht allein. Audiolog, den hören wir uns mal an. Mal schauen. Ich will eine Aufnahme hiervon. Etwas ist hier los. Und die Zentrale gibt mir nicht die Antworten, die ich brauche. Wenn das Grollen unter der Basis nur der Boden ist, der wegen der Mine in Bewegung ist, warum greifen die Akkiden dann aus vier verschiedenen Richtungen die Basis an? Da muss mir kein Forscher mehr sagen, dass jemand die anstachelt. Das muss einfach aufhören. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall war da ja gerade schon Besuch. Und das war kein so ein ganz kleines Ding. Erkunde die zweite Anlage. Ja, und kein Wegmarker hier, oder wie? Gehe ich jetzt hier aus blauem Dunst lang? Ich werde jetzt nicht von hinten angegriffen, oder? Okay, Wegmarker ist wieder da. Ich glaube, das ist mit kleinen Viechern gleich vorbei. Da habe ich da vorhin schon was gesehen. Oh ja, da ist er. Alter. Da ist... Gehe ich da mal ganz kurz lang? Kleinen Abstecher? Oh! Das habe ich nun davon. Okay, wir müssen ganz woanders hin. Bin ja auch gar nicht neugierig. Aber ich wollte das hier mitnehmen. Und weiter geht's. Bah! Das ist ja widerlich. Ich glaube, der hat Hunger auf mich. Das sind zwei. Okay. Das schien ja erst mal alle gewesen zu sein. So, wo geht's lang? Da geht's lang. Okay. Tja, so... Achso, reparieren. Ich wollte gerade sagen, so einfach geht das nicht. Okay. Bitte lass es ein Erdrutsch gewesen sein, wegen irgendwelcher... Puh, keine Ahnung. Hm. Geht auch nicht. Muss ich hier vielleicht irgendwie einen Schalter oder so... Ah, hier ist doch was. Und da kommt doch was. Oh nein. Nein, 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 nein. Ist ja auch mal... Uah! Mann, 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 Mann. Man sieht überhaupt nichts. Mir geht's zumindest so. Runtergefallen. Runtergefallen. Autsch! Ich hab keine Ahnung, wo wir hier hinkommen und du kannst mir hoffentlich nichts. Ich will hier jetzt nicht rumstöhnen, um Gottes Willen. So. Was, 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 was. Ja, nur gehen mal, gehen mal, gehen mal. Hm. Wenn das zur Erkundung gehört, dann weiß ich ja nicht. Ich bin mal gespannt, was ich hier finden werde. Da kommt was Kleines wieder. Wo ist der denn jetzt hin? Ist der nicht ganz dicht? Ist der hier einfach hergelaufen? Hier ist wer. Boah. Ja, und er kommt vor. Mäh. Will er nicht. Gut, Leute, ich bin natürlich wieder ein bisschen leise. Ich weiß es. Aber... Ich nenne es immer hochkonzentriert. Und ich hoffe natürlich, dass das nicht so auffällt. Dass man halt wenig quatscht. Weil es ja irgendwo auch sehr spannend ist. Und ich bin echt immer noch so ein bisschen überrascht, dass wir hier eine zweite Anlage getroffen haben oder gefunden haben. Ich meine, ich wusste, dass irgendwas mal passieren wird. Und dass das nicht alles gewesen sein kann. Haltet ihr mal bloß diese... Sammelaktionen, um Geld zu verdienen. Aber war das schon krass. Munition ist voll. Okay. 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 So, wir machen uns doch mal voll hier mit Munition. Munition ist voll. Äh. Was? Oh, Mann. Ich denke mal, wir müssen da rüber. Hä, hä. Boah. Und die Tür ist natürlich zu. Dass wir nicht nochmal wieder zur Kiste zurück können. Nicht schlecht. Gut. Wir sind hier gerade safe. Wir haben 21 Minuten rum. Ich denke, das reicht. Bei weitem. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Ich hoffe, du bist auch dabei. Und bis dahin. Mach's gut. Tschüss. 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 T لا. T Number. Vielen Dank.